GIMBAL 1 Prototyp Auslenkung für Servo stärker Denn Quereinstellung funktioniert nur ganz klein wenig Verkürzung der Anlenkung Da zu viel verloren geht Das ist eine Raspi Cam 20 Euro etwa 3 Mikroservos Stückpreis 3-4 Euro Gestänge für die Ansteuerung Die Halterung für die Kamera Alles ist über Silikonschläuche verbunden Und damit gedämpft Sodass auch das Servozittern sich nicht überträgt auf die Kamera Falls es denn auftreten sollte Ja, das war es erstmal Nächste ist Software Ja, das war es Ja, das war es